Hallo liebe filmig prozess interessierten Zuschauer. Heute war der sechste Verhandlungstag am Landgericht Göttingen und es gibt spannende Neuigkeiten, die hier zusammengefasst werden. Erstmal der Roger Bittel von Bittel TV ist überraschenderweise heute dabei gewesen und wird voraussichtlich bis zum 13. März hier in der Gegend bleiben, so dass ich ihn am kommenden Freitag und auch am kommenden Dienstag bei den beiden nächsten Verhandlungsterminen Verhandlung 7 und 8 live und persönlich sehen werde, denn auch ich werde wieder am Landgericht Göttingen vor Ort sein. Nun aber der Bericht von Jota von ICIC Love News und vorgelesen von mir. Viele Grüße, schreibt gerne in die Kommentare, abonniert und aktiviert die Glocke und bis zum nächsten Video. Aber jetzt erstmal die News von heute am 05.03.2024. Der sechste Verhandlungstag im Prozess Rainer Füllmich am heutigen Dienstag, den 05.03.2024 vor dem Göttinger Landgericht, begann mit der Befragung des Göttinger Notars Stefan Kleinjohann. Dieser hat die Vertragsmandatierung zwischen Dr. Rainer Füllmich und den beiden Käufern seines Grundstücks und Hauses in Göttingen beschrieben. Beauftragt wurde er von Rainer Füllmich und den Käufern. Die Zeitlinie ist zur Sprache gekommen, welche im Detail von Jota in ihrem Audiobericht wiedergegeben wird. Das Haus Füllmichs sei am 03.10.2022 verkauft worden, wobei bis zum 18.11.2022 die Zeit verstrich, um einen Grundbuchauszug einzuholen. Er habe erst dann gesehen, dass Marcel Templin darin eingetragen war und habe somit die weitere Abwicklung mit diesem fortgeführt. Kleinjohann habe lediglich einen Mustervertrag gestellt. Die Anweisungen der Beträge, die an Templin zu überweisen seien, habe er von diesem erhalten mit Hinweisen, wann wie viel Geld wohin zu fließen habe. Es sei nicht seine Aufgabe gewesen, zu überprüfen, weshalb nun Marcel Templin im Grundbuch stünde. Er sei lediglich für die Abwicklung zuständig gewesen. Kleinjohann bestätigte ein Telefonat mit Justus Hoffmann, wobei ihm dies nicht merkwürdig vorgekommen sein will, da er sich auf der Seite der Hafenanwälte umgeschaut habe und Justus Hoffmann dort schließlich als Kollege Templins aufgeführt gewesen sei, welcher in dieser Angelegenheit zwar nicht bevollmächtigt war, er aber trotzdem daraus schloss, mit Hoffmann reden zu können. Verteidigerin Katja Wörmer fragte Klaus Johann, ob ihm die zwei Personen, die bei dem Termin mit Marcel Templin dabei waren, bekannt gewesen seien. Nein, diese waren ihm nicht bekannt. Ob er deren Personalien überprüft habe, auch das verneinte er. Lediglich den Ausweis von Marcel Templin habe er sich vorlegen lassen, weil er ja dessen Unterschrift habe überprüfen müssen. Einwand der Verteidigung. Fremde Leute kämen mit hinein, die er nicht persönlich kenne und deren Identität er nicht überprüft habe, ob das für ihn nicht merkwürdig gewesen sei. Es sei nicht seine Aufgabe, die Identität derer Personen zu überprüfen, die Templin als seine Kumpels mitbrachte, so Kleinjohann. Hierzu ergriff er sein Handy und zitierte aus dem BGB, welches seine Aufgaben seien. Er wurde von Wörmer und Füllmich wiederholt gefragt, ob ihm diese Ungereimtheiten nicht merkwürdig vorkamen. Kleinjohann verneinte. Eine E-Mail wurde ihm vorgelegt, die er zwar nicht in seinen Akten hatte, die er aber erhalten habe und in der Füllmich über seine Verteidigung darauf hinwies, dass es nicht mit rechten Dingen zuginge. Er habe es gesehen, aber nicht wahrgenommen, so der Notar. Er unterstrich, dass es nicht seine Aufgabe gewesen und er nur verantwortlich für die Vertragsabwicklung gewesen sei. Ferner wurde er mit Schreiben konfrontiert, die Füllmich an ihn verfasst hatte, da er Füllmich in der Verhandlung den Vorwurf machte, dass dieser nicht aktiv widersprochen habe. Die Verteidigung frug darauf hin, was ihr Mandant denn noch hätte hinzufügen sollen. Füllmich ergänzt, dass er gar nicht aktiv hätte widersprechen können, da er überhaupt nicht wusste, dass Templin angeordnet habe, diese Summe, Anmerkung und mehr Details später, zu erhalten. Die Frage, weshalb er die Ungereimtheiten so hinnahm, beantwortete Kleinjohann damit, dass Templin das so gesagt habe und dieser im Grundbuch stand. Nach einer fünfminütigen Pause sollte die Befragung Viviane Fischers fortgesetzt werden. Allerdings wurde zuerst die bereits am fünften Verhandlungstag verschobene Erklärung Füllmichs verlesen, welche dieser frei vortrug. Lediglich Belege zog er zielsicher aus den Akten. Begonnen hat er mit dem Paragraf 266 StGB. Dieses sei restriktiv und als Gesamtschau anzuwenden. Die Abweichung in seinem Fall unterstrich er mit juristischen Kommentaren. Anmerkung, zu diesem Thema hat Rainer Füllmich kürzlich auch ein eigenes Audio aufgenommen, was bereits veröffentlicht wurde. Er zitierte Kommentare eines bekannten Jura-Professors, der zurzeit noch nicht genannt werden möchte. Anmerkung, um Prof. Dr. Martin Schwab handelt es sich hierbei nicht. Füllmich fuhr fort. Die Spendengelder seien zweckgebunden. Wem gegenüber die Untreue bestünde? Die drei Anzeigenerstatter scheinen sich Gelder aneignen zu wollen, die ihnen nicht zustünden. Er wies erneut auf die erforderliche detaillierte Gesamtschau hin. Der Richter erwiderte, dass die Untreue der Vorschaltgesellschaft gegenüber bestünde. Füllmich wies darauf hin, dass Fischer und Fischer sowie Hoffmann als Adhäsionskläger agierten, dann also ihnen gegenüber. Stille. Zur Glaubwürdigkeit von Justus Hoffmann begann Füllmich Fakten zu nennen. Entgegen der Darstellung Hoffmanns als Anwalt tätig gewesen zu sein, war dieser zunächst als Rechtsreferendar bei Rechtsanwältin Antonia Fischer tätig. Dass Füllmich Gelder an die Basis übertragen haben soll, sei auch gelogen gewesen. Dass er Hoffmann bedroht habe, ebenso. Anmerkung, was Viviane Fischer am fünften Verhandlungstag sogar bestätigte, dass die Partei von Füllmich radikalisiert wurde. Hoffmann tauche häufig ab und zeugt von Ausfällen, sei nervös und angespannt. Anmerkung, wie selbst Prozessbeobachter kürzlich erleben konnten und kommentierten. Hoffmann verbreite Lügen über Füllmich, wie beispielsweise er und seine Frau Inka hätten sich in einer Psychiatrie kennengelernt. Füllmich erklärte, dass er nie als Patient in einer Psychiatrie war, stellte dann die Frage in den Raum, ob dies eine Projektion Hoffmanns gewesen sein könne. Er zitiert aus der Akte eines Chatverlaufs mit Antonia Fischer, dass der Therapeut von Justus Hoffmann verstorben sei und der neue noch nicht angefangen habe und dass es deshalb etwas schwierig sei. Er ergänzte, dass seine Frau einst in einer Universitätsklinik schwerkranke Kinder unterrichtet habe und er diese dort kennenlernte. Diese und weitere Ausführungen Hoffmanns hätten schließlich dazu geführt, dass ein Jahr und drei Monate gegen ihn ermittelt wurde, ohne dass er darüber informiert, geschweige denn ihm rechtlicher Gehör gegeben wurde, um dabei auch Entlastendes zu ermitteln. Hoffmann sei die treibende Kraft, so Füllmich. Seine Dissertation habe Hoffmann in Bielefeld bei seinem Doktorvater Prof. Dr. Martin Schwab erstellt und war dann mit halber Stelle bei diesem angestellt. Anmerkung, was die seinerzeit gescheiterten Vermittlungsversuche dessen erklären könnte. Füllmich sprach ebenso seine Entführung an, sowie die Mittel, die hierzu angewandt wurden. Mit eben diesen Mitteln hat man einen Menschen komplett zerstört, finanziell sowie beruflich und diesen vor allem an seinem Wirken gehindert. In der Gesamtschau stimme es merkwürdig. Er habe auf nichts mehr Zugriff. Dies heute sei kein Plädoyer. Er wolle auf den § 266 StGB und wie damit umgegangen wurde, hinweisen. Er habe noch Fragen an Viviane Fischer und Antonia Fischer. Viviane würde ja nach der Pause befragt werden, bezüglich ihrer Angaben über ihre finanziellen Verhältnisse. Es sei klar besprochen gewesen, das Geld so zu sichern, dass man eben nicht so einfach darauf zugreifen könne. Füllmich ergänzt, dass Justus Hoffmann finanzielle Probleme dahingehend hatte, seine Krankenversicherung nicht bezahlen zu können. Und dieser stellte deshalb Rechnungen an den Ausschuss. Aus. Wieder beharrt Füllmich auf die Gesamtschau. Er bedauere zutiefst, dass hier menschliche Tragödien zum Vorschein kommen würden, es wohl so passieren müsse und dass nun alles in der Öffentlichkeit breitgetreten würde. Dies war lediglich der Vormittag der Gerichtsverhandlungen am Landgericht Göttingen am 05.03.2024 eine Fortsetzung über den Nachmittag folgt. Liebe Füllmich Prozess interessierte Zuschauer, bitte klickt auch weiter die Videos an, die hier nachfolgend auf diesem YouTube-Kanal bei Füllmich News erscheinen werden. Viele Grüße von Mirko.